hallo heute ist dienstag der 10.10. und heute zu einer ungewohnten stunde nämlich sehr sehr spät für mich mein video ich wollte eben noch abwarten was passiert in spanien was passiert in katalonien was passiert wenn der katalonische regierungschef seine rede hält er hat sie nun gehalten und herauskommt dabei ist dass katalonien dass er ganz klar den will den willen zur unabhängigkeit hat aber das erstmal jetzt ausgesetzt wird zugunsten von gesprächen und eine sache die ich über das gesamte wochenende über gesehen habe und die mich sehr erfreut hat waren die grundgebungen die ich mitbekommen habe in gesamt spanien eine sache die ich dort eigentlich sehen konnte oder die ich meine dort gesehen zu haben ist eigentlich folgende dass auch innerhalb von spanien die bürger für einen verbleib von katalonien in spanien demonstriert haben aber nicht von wegen nichts da ihr auch könnt ihr nicht könnt ihr nicht weg ihr seid unsere gefangenen sondern nein wir wollen deshalb bei uns bleibt ihr gehört zu uns und zwar nicht in einem schwitzkasten artigen in einer schwitzkasten art und weise sondern nein ihr gehört zu uns ihr seid unsere ihr seid unsere brüder und schwestern das hat mich sehr erfreut dass ich das in gesamt spanien sehen konnte es gab natürlich auch vereinzelt auch andere dinge wie zum beispiel in valencia dass ich dann dort eine sich mit den katalonen katalanen solidarisierende demonstrationen dann von rechten angegriffen wurde okay so sind sie die rechten nehmen aber das grundtenor innerhalb der bevölkerung von spanien den ich gesehen habe ist nein wir wir wollen nicht dass ihr geht und zwar nicht in dem sinne wir wollen euch zwingen bei uns zu bleiben sondern wir wollen gerne dass ihr bei uns bleibt wir wollen weiter gemeinsam mit euch leben das hat mich sehr sehr positiv gestimmt das wochenende über es hat mich auch positiv gestimmt und da können sich unseren unsere politiker meine scheibe von abschneiden dass sich teile der regierung tatsächlich von der polizeigewalt distanziert haben so was gibt es in deutschland natürlich überhaupt nicht dass man sich von der polizeigewalt mal distanziert wir stehen hinter unseren jungs heute zum beispiel ist gerade eine 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 konferenz habe ich gelesen die sich über das demonstrationsrecht ähm als thema gesetzt hatte dort war zum beispiel der rektor der der kirchlichen universitäten und der meinte er war zum letzten mal drei 1983 bei einer demonstration das was er aber in hamburg beim g20 erlebt hat an repressionen von der polizei das hat für ihn ganz klar gemacht er muss auf welche seite er gestehen muss er kann nicht auf der seite der polizei stehen wenn die sich so verhalten wie gesagt das ist in spanien auch wenn es nicht vom von rajoy oder vom präsidenten gekommen ist immerhin von teilen der regierung dass man dass man sich für diese für diese polizeigewalt entschuldigt hat und genau sowas ist natürlich auch ganz wichtig um einen prozess in gang zu setzen man kann nicht immer nur sagen wir haben aber keine schuld ihr seid die gesetzesbrecher das geht so nicht es gibt viele viele beispiele dafür warum diese katte diese 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 region katalonien in spanien wie regelrecht stiefbrüderlich behandelt wurde das kennen wir doch hier in deutschland auch ich komme aus einem landkreis in dem alles nur in eine stadt fließt es gibt nur zwei städte im gesamten landkreis es ist flächenmäßig einer der größten landkreise deutschlands aber es gibt nur zwei städte da drin und generell und war schon immer so sämtliche gelder sind in die eine stadt geflossen und in die andere stadt eben nicht so ist das eben mit zentralistischen regierung in frankreich fließt alles nach paris in spanien fließt alles nach madrid da ist egal ob eigentlich barcelona die wichtigere stadt ist ob barcelona einen besseren flughafen gebrauchen könnte oder madrid das sind alles dinge mit denen über die man sprechen muss da ist in letzter zeit relativ wenig darüber gesprochen wurde in den letzten jahren von den spanischen und von der spanischen zentralregierung mit der katalonischen regionalregierung eine sache die ich überhaupt nicht verstehe ist wie kann man so ein referendum als illegal erklären eine sache eine sache die die an oder andersrum es sollen ja anscheinend auch relativ viele oder große gruppen katalonien geben die sich eben nicht abspalten wollen findet doch erstmal heraus ob es überhaupt eine mehrheit dafür gibt oder nicht genauso wie das schottland gemacht hat dort ist es aber ist es in der verfassung das ist mir schon völlig klar aber dann schafft doch bitte mal die politischen voraussetzungen dafür dass endlich mal geguckt wird in katalonien will sich überhaupt eine mehrheit abspalten oder nicht diese spekulationen darüber dass die also ich finde diese spekulation so 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 dreist und absurd dass man sagen kann ja es haben sich nur 43 prozent daran beteiligt und das heißt ja dass das ist eine überwiegende mehrheit das gar nicht will nee das heißt es für mich überhaupt nicht wenn ich vorher schon die angekündigte polizeigewalt gesehen habe die war ja angekündigt dass dann viele leute sich nicht getraut haben sich zu da zu wählen und zwar von beiden lagern sowohl vom lager will ich und ich will die abspaltung und vom lager ich will die abspaltung nicht das muss man doch sehen und kann doch nicht einfach sagen naja aber das ist ja wir tippen mal dass das so und so ist die spanische regierung muss jetzt dafür sorgen dass diese gespräche auch tatsächlich stattfinden können in einer art und weise die katalonien nicht demütigt und alles was die sarachoy bisher tut ist er versucht katalonien zu demütigen so wird das jedenfalls nicht klappen so wie es die spanische bevölkerung am wochenende bewiesen hat so kann man diesen exodus von katalonien noch aufhalten und zwar nur so und daraufhin daraufhin sollten die eu und daraufhin sollte auch deutschland hinarbeiten dass dort ein dialog wieder stattfindet und zwar ein echter dialog und sich nicht blind auf die seite von spanien zu stellen